Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution 2 News Video. Und zwar haben wir das Update 6 Highlight jetzt schon bekommen. Eigentlich sollte das ja erst morgen kommen, zumindest laut dem Forum. Das hatte ich in dem Video von heute Mittag erwähnt. Das stand auch so, von Jens-Erik war es glaube ich, also von Frontier direkt, dass das morgen kommt. Aber jetzt ist es jetzt schon rausgekommen, deswegen können wir darauf natürlich schon eingehen. Dann gibt es heute mal ein Doppelvideo, macht ja auch nichts. Denn wir haben jetzt mal so ein paar Highlights von dem Update 6 hier, kriegen wir zu Gesicht. Das ist sehr, sehr cool. Das ist übrigens kostenlos für alle Spieler. Auch wenn ihr das Feathered DLC, dieses Feathered Pack nicht kaufen solltet, dann bekommt ihr trotzdem die Sachen, die ich euch jetzt vorstellen werde. Da haben wir nämlich einmal die Remote Viewing Galleries. Das sind diese Ferngalerien, die man halt im Gehege platzieren kann. Das hier ist zum Beispiel diese Baumstammgalerie. Die werden dann unterirdisch verbunden und man kann die überall im Gehege platzieren. Da kriegt man auf jeden Fall schon so ein bisschen Jurassic World Film-Vibes, sage ich mal, mit der Ziege und dem T-Rex. Das ist schon cool. Ich finde es auch cool, dass der so mosig ist. Ich denke mal, das geht dann einfach hier so runter, oder? Links und rechts. So stelle ich es mir vor. Also mehr sieht man da leider nicht. Oh, warte mal. Mir kommt gerade eine Idee. Im Forum stand, dass ein Showcase kommt am Freitag. Das heißt, Freitag kommt vielleicht ein Stream, wo die das zeigen. Oh, okay. Dann habe ich das einfach falsch verstanden. Also das, ja, dann never mind. Dann kommt heute ein Doppelvideo und morgen kommt wahrscheinlich dann noch mehr Info, wenn die einen Stream machen von Frontier. So glaube ich das jetzt zumindest. Es ist egal. Wir machen jetzt weiter. Alles ein bisschen chaotisch hier. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Finde ich nice. Und es ist auch cool, dass die Leute da drinstehen und in beide Richtungen gucken können. Und sogar nach oben gucken. Ich frage mich ja, ob man die dann auch ins Aviarium packen kann, weil halt hier oben auch so ein Dach ist aus Glas. Wäre ganz cool, weil ich glaube, es stand in dem Infotext nur, dass man die Domgalerien, die wir hier sehen, die kann man ins Aviarium packen. Ist hier sogar im Aviarium drin. Die sehen auch echt cool aus. Da kommen die Leute dann auch unterirdisch rein und die kann man auch überall hin platzieren. Finde ich echt schön. Da freue ich mich schon drauf, dass es die beiden Dinger gibt. Finde ich mega gut. Dann gibt es hier als nächstes noch den neuen Cinematic Camera Mode. In dem Text steht jetzt hier nichts Spannendes drin, was uns irgendwie Infos gibt, was diesen Modus halt ausmacht. Also was den von dem jetzigen Camera Modus unterscheidet. Steht halt hier wieder das drin mit diesen Postcards, Stamps, Logos und bla bla bla. Das hatten wir aber vorher schon, ne? Filters hatten wir, glaube ich, auch. Also keine Ahnung. Also da bin ich sehr gespannt. Ich mag sowas ja sehr, sehr gerne, gerade für Screenshots und für Videoaufnahmen ist sowas natürlich sehr nice. Aber schade, dass wir da noch keine Infos bekommen haben. Dann haben wir als nächstes die Zip-Line-Varianten. Die kann man hier sehen. Das wussten wir auch schon, dass die kommen. Also dann für die anderen Äras, dass es da so Zip-Line-Gebäude gibt. Das hier gefällt mir richtig gut in Holzoptik. Das ist dann, äh, welche ist das denn? Ist das Jurassic Park-Ära wahrscheinlich, ne? Die Holzoptik, denke ich mal. Ja, das ist cool. Da wird es dann wahrscheinlich auch noch eine Biosyn-Optik geben. Und eigentlich für alle Äras, die wir mittlerweile haben. Das sind, glaube ich, fünf oder sechs Stück. Oder warte mal, welche haben wir denn? DFW, das ist das hier. Dann haben wir Jurassic World, die hatten wir ja schon. Das hier ist, glaube ich, Jurassic Park. Dann gibt es noch Biosyn. Und diese Malta-Ära, ne? Ich glaube, das sind die, die wir aktuell haben. Das heißt, zwei haben wir noch nicht gesehen. Hier ist es übrigens dann wieder so, dass man leider auf der PlayStation 4 und Xbox One im Sandkasten-Modus wählen muss, welche Ära man hat. Auf den PC, PlayStation 5 und Xbox Series XS kann man natürlich dann auch alles auswählen. Das ist ja, glaube ich, irgendwie limitiert wegen der Leistung der alten Konsolen. Oder irgendwie sowas war das. Und dann kommen wir als nächstes zu dem Sandkasten-Modus. Da gibt es auch wieder interessante Änderungen. Also es gibt ja diese sechs, wo steht denn das hier? Sechs quadratischen neuen Level. Also ich denke mal, dass, also die soll es auch auf allen, äh, sechs verschiedenen Biom-Typen geben. Das werden dann wahrscheinlich wie bei, äh, früher Jurassic Park Operation Genesis wahrscheinlich so, wird das so ein bisschen sein. Dass es einfach so eine flache Area ist, wo man dann komplett das Land selber bauen kann und sowas. So stelle ich mir das zumindest vor. Leider haben wir hier noch nichts. Ne, hier ist nichts zu sehen, wie das aussieht. Aber das soll man jetzt wohl, äh, auf sechs verschiedenen Biomen dann einstellen können. Und da steht hier auch noch, dass es Südwest-USA, San Diego und Kalifornia auch noch mal drei von diesen Square Levels gibt. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher, ob die jetzt zu den sechs dazuzählen oder ob die noch mal zusätzlich dazukommen. Ich glaube aber, die kommen zusätzlich dazu. Ich glaube, wir haben halt sechs auf den verschiedenen Biomen und dann noch mal diese drei extra. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Da freue ich mich drauf. Das ist ja sehr praktisch für dann so, äh, Park-Builds. Also das finde ich nicht schlecht. Äh, dann gibt es natürlich auch, äh, mehr Settings. Das hatten wir ja auch schon. Zum Beispiel kann man einstellen, dass es jetzt, äh, unbegrenzte Futterreserven gibt. Das heißt, die Ranger müssen im Sandkasten-Modus die Futterstation nicht mehr auffüllen. Dann gibt es die Einkommenssteuer. Die kann man auch in vier verschiedene Level einstellen. Also es ist keine Einkommenssteuer, äh, keine Einkommenssteuer gibt, dass es auf niedrig ist, auf medium oder high. Also dementsprechend muss man halt, äh, mehr bezahlen und hat weniger Einkommen. Ist für mich jetzt persönlich nicht ganz so interessant, aber vielleicht für euch, wenn ihr da Bock drauf habt, mit Geld zu spielen. Mach ich ja in der Regel nicht. Und diese Option ist noch sehr cool. Decoration Foliage. Das ist halt, dass man die Bäume und Büsche aus allen Biomen einstellen kann. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in, ja, was nehmen wir denn mal, Kanada spiele oder so, dann kann ich zum Beispiel einstellen, dass ich auch aus anderen Biomen dort die Bäume platzieren kann. Zum Beispiel aus der Wüste, Kakken oder sowas. Und, äh, man kann auch einstellen, dass man nur bestimmte Bäume haben will. Also zum Beispiel, wenn ich in der Wüste bin, kann ich sogar einstellen, dass ich nur die Bäume aus Kanada haben möchte, da als Auswahl. Aber macht natürlich Sinn, einfach alle freizuschalten, dann hat man die meiste Auswahl. Ist natürlich immer schön, ne, wenn man dann, äh, mehr Möglichkeiten hat. Dann kann man zum Beispiel auch mal einfach so ein Wüstengehege bauen in einem Park, der jetzt nicht in der Wüste ist. Vielleicht dann noch mit so einem Dom drüber, so mit Mods später. Stell ich mir ganz cool vor. Also finde ich auf jeden Fall nice, dass es mehr Auswahl dort gibt. Und man kann noch die Menge, wie steht das, Capture Frequency, ähm, von den Wildfängen einstellen. Also, dass dann öfter Wildfänge angezeigt werden. Und man die dann, äh, halt sozusagen im Park unterbringen kann. Dafür muss man die Option Expedition und Fossilien einstellen im Menü. Weiß gar nicht, ob man hier jetzt noch was sieht. Nee, ich denke, also hier sind halt die neuen, äh, Dinger hier zu sehen, die neuen Einstellmöglichkeiten. Joa, aber sonst. Leider sieht man hier nichts mit der, mit diesen, äh, viereckigen Square Maps, sag ich mal. Das war schwer zu übersetzen alles. Ach, das hätte ich gern gesehen, wie diese Karten aussehen. Aber vielleicht sehen wir das dann ja morgen, wenn dann eventuell dieser Stream kommt. Dann kommen wir als nächstes noch zu den Quality of Life Changes. Da ist der erste Punkt schon mal sehr interessant für uns. Man kann jetzt nämlich Toiletten und, äh, andere Attraktionen und, äh, hier, Shelters, ach, wie heißen die dann hier? Die, die Schutzbeine und sowas. Äh, die kann man alle direkt bauen, ohne dass da irgendwie eine Bauzeit entsteht. Und was ich super praktisch finde, ist, man kann jetzt, ähm, STRG und linke Maustaste drücken, wenn man, äh, ein Gebäude platziert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Baumodus bin, eine Toilette platziere und, äh, STRG dabei gedrückt halte, dann geht der nicht wieder zurück aus diesem Menü raus und dann muss ich da wieder rein, um noch eine Toilette zu platzieren, sondern der bleibt in dem Menü und ich könnte jetzt eins, zwei, drei Toiletten direkt auf einmal platzieren, ohne halt immer in dieses Menü zu müssen. Finde ich super praktisch. Auf dem Controller ist das R3, keine Ahnung, welche Taste das ist. Aber die finde ich super, die Funktion, die macht es auf jeden Fall leichter dann zu bauen. Dann gibt es auch noch eine neue Verhaltensweise für kleine Dinosaurier, wie zum Beispiel, äh, diesen Moros. Die können nämlich jetzt durchs Wasser gehen, was sie ja vorher nicht konnten, die wurden daher blockiert, und die heben dann einfach so ein bisschen den Kopf ab. Äh, heute ist ja ganz schlimm, hier, aber ich komme gar nicht klar mit übersetzen. Also den Kopf an, wollte ich natürlich sagen, dass die dann so hochgucken oder so, denke ich mal. Bin ich gespannt auf die Animationen, finde ich aber gar nicht so schlecht. Ich bin auch gespannt, ob das alle können. Es könnte natürlich auch sein, dass die ganz klein das vielleicht nicht können, wenn das Wasser zu tief ist. Müssen wir dann testen, wenn es soweit ist. Aber finde ich immer schön, wenn Dinosaurier mehr Animationen haben, dann wirken die alle lebendiger. Als nächstes werden die Sauropoden im Kampf verbessert. Leider kann ich schon mal sagen, dass hier nicht drin steht, dass die irgendwie sich wehren können oder neue Animationen bekommen. Hätte ich mir ja gewünscht, dass so ein Brachiosaurus auch mal so ein Schweifieb austeilt an einen Angreifer oder so. Aber das steht hier leider nicht drin. Aber vielleicht kriegen wir es ja noch. Aber hier steht halt nur drin, dass die jetzt, ähm, immer so kleine Stücke an Schaden kriegen, wenn sie angegriffen werden. Und nicht direkt anfangen zu bluten, sondern erst, wenn die unter 15% Leben fallen. Und man bekommt dann auch eine Nachricht, damit man sich nochmal darum kümmern kann und darauf reagieren kann. Aber hier steht halt nicht drin, dass die sich wehren. Das hätte ich mir sehr gewünscht für Sauropoden. Das vermisse ich nämlich sehr im Spiel. Es wurde auch noch, äh, das Jagdverhalten von Fleischfressern ein bisschen überarbeitet. Die greifen jetzt nicht mehr so viel an. Und, äh, eine Jagd wird auch teilweise abgebrochen, wenn zum Beispiel der Angegriffene zu gute Werte hat. Also ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel hier so ein Brachiosaurus ist, mit mega guten Verteidigungs- und Angriffswerten, dann würde zum Beispiel ein Angreifer dann auch von ihm ablassen, weil er halt sieht, es hat keinen Sinn. Dann wurden hier noch so ein paar Kohabilitationsdinger angepasst hier. Könnt ihr euch gerne selber durchlesen. Finde ich immer nicht so spannend. Dann werden sich nochmal die Konsolenspieler freuen, denn man kann jetzt von der PS4 die Speicherstände auf die PS5 übertragen. Und dabei wird nichts überschrieben. Also die sind dann einfach beide da, die Speicherstände von beiden Konsolen. Die könnt ihr dann einfach so miteinander kombinieren. Ist nochmal ganz praktisch. Und ansonsten war es das hier. Joa, wir werden nochmal mehr Infos kriegen. Wahrscheinlich. Also ich vermute mal, dass dann halt morgen so ein Stream kommt. Also stand es ja im Forum. Und ansonsten werde ich euch natürlich auch hier auf dem Kanal auf dem Laufenden halten. Die Dinger hier finde ich natürlich besonders cool. Das ist mein Highlight, dass wir die mal zu Gesicht bekommen haben. Sehen auch echt toll aus, die Dinger. Domgalerie und Baumstammgalerie. Finde ich beide super. Joa, und das waren die Infos oder das Highlight von Update 6. Ich hoffe, ich konnte euch gut informieren. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Lasst gerne einen Daumen da. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.